If I can't win you Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge der Minigames mit dem Blacky Servus Erdnuss Und der Carina Hallo Äh, der Blacky ist raus Jetzt ich bin, da bin ich wieder Ah, Blacky, Blacky, Blacky Ja, wenn man das falsche X drückt Ich muss auf bereit klicken, nicht auf beenden Ja So, auf geht's Genau Das ist ja easy Das Sieg ist ja hier Nein, ach so Nein Ich glaube, ich finde es ja toll Ein bisschen, ja Schon wieder Gibt's ja wohl nicht Bei mir warst du drin, aber okay Nee, ich bin rübergeflogen Ach nö Blacky hat noch nicht mal geschlagen Ich muss hier noch meine Maus einstellen Auch noch Gibt's ja wohl nicht, Blacky Ja, super Na, ich schlag und er fällt rein Das gibt's ja wohl nicht Wie fies ist das denn Fängt der gut an Ja Äh Genau, bei allen vor die Nase Na toll Wär ja auch langweilig, ne? Ja Huch Ich glaube, das war zu doll Das war bei mir eben auch Guck mal, da ist ein Rohr Das gibt's doch nicht Juhu Nein Oh, Staffa Gibt's doch nicht Ja, trotzdem viele Schläge Ich sehe nichts Doch nicht Hier nicht lang Ach, hier Ach, da muss man Verdammt Ey Wir tümmeln uns hier Getroffen Oh nein, Blacky Das kann dauern Jetzt kannst du Hoch, weg Mach ein Nee, doch Ausgleich Bei euch Oh nein, da sieht sich das rolle Ähm Da hoch Da hoch Hoch Dann ist die Spahn Aua Das liegt im Weg Wo soll ich sagen Daneben Hey Hey Wo ist ich denn hier? Ähm Ich bin drin Wo? Wo? Hier steht an dem Schild Read the sign Und das Schild ist neben der Ganone Blacky Wow Fast gut Fast gut Und nu? Hallo? Carina? Ja, Entschuldigung Mein Telefon hat geklingelt Ah, ja, 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 ja Ich liege in der Kette Ja, dann machen wir weiter jetzt Ja, wie denn? Ich darf hier weiterspielen Aber ich komme hier doch gar nicht wieder raus Zurücksetzen Ja, toll Ich bin ganz am Anfang Hüpp Du musst in die Kanone Soll ich nicht Gut Manu Ey Ach so, was hast du denn? Ich mach's gar nicht Dann mach doch gleich elf Ich mach's in die Kanone Guck doch Ja, jetzt schießt die andere Kanone rein Die da unten ist Welche Kanone? Da Geradeaus Ich seh keine Da am Wasser Jetzt die Brille auf Guckst du Wasser, guckst du Kanone Vom Regen Ich seh nix Oh, nein Nein, einfach Herzen Brauen Huch, das war zu doll Ich rolle noch Gucken bevor man auswählt Äh, was soll ich denn da gucken? Ja, super Hey Klingel, geh mal weg da Ja Ja Legi, weg da Ich hab hier ne Treffsicherheit Das gibt's doch gar nicht Och, ey So wird das nix Wenn ich ja mehr um einem Weg liegt Ja 14 11 Ich glaub ich gewinn Nein Nein Och, Mann Nein Mann Jetzt bleib liegen Jawoll Ich hau mal gegen die Kante Bin drin Ach, Mann Kann auch außenrum Hätt ich das gewusst Wär ich trotzdem abgestimmt Ach, Mann Du spielst echt gut Die letzten drei waren Ja, ne Ach, verdammt Wo ist das denn da drinnen? Da oben drinnen? Hm Wie soll man denn da hochkommen? Das ist eine gute Frage Nein, ich fall da runter Oh Gott, zu weit Da kommt man gar nicht hoch Doch Über diese Schneehaufen Die da vorliegen Vielleicht hier Oh Nein Ach, verdammt Plung Ich glaub gleich 14 Ja Carina spielt von Hinterstein zu Hinterstein Ich wollte hier hoch Ja Carina Aber das klappt nicht Was denn? 14 Leck mich doch Ja, hier 14 14 Na, wo der Volllein meiner 14 Wie, wat, Black Ich hab mich überholt Das geht gar nicht Ja, da hab ich's gesagt Schön weiß Fuck Was? Das hab ich jetzt aber nicht gehört Hey Ich hab zwei, ne? Lass die Tasse auf dem Schreibfluss stehen Warum? Ich bin drin Jetzt muss ich meine Maus wieder auf 10 runterstellen Anwenden Ist klar Der cheater doch Nee Jetzt mit dem neuen Laptop Da geht es wirklich so Hat alles am alten Laptop gelegen Ist klar Wo muss ich hin? Hier nicht Lächeln Lieb ich gut oder liegt ich hier hoch? Huch Da war ein bisschen weit Kommt Ja Drinnen Ich auch gleich Bin drin Blegi, was machst du da? Er wollte von da spielen Ah, die Herausforderungen suchen quasi Wir sind ausgedlichen wieder Oh Hole in one Was? Geil Was hat dir das denn gemacht? Wir müssen nur auf Pfeile achten Da oben Dahinter ist ein Riesentor Ein Riesentor ist nur gleich ein Loch Ja, aber wenn du oben rüber spielst, dann triffst du auch Wie cool Chill auf Der war gut, Blegi Oh nein Platsch Ist ja easy, wa? Ja Super Durch Zufall Ich wollte eigentlich so fest gegen die Wand hauen und hab den Hubbel nicht gesehen Verdammt Das war zu wenig Das war zu viel Das war genau richtig Ich bin drin Ich bin drin Was? Was? Die cheater doch Die trifften doch mal direkt so ungefähr Oha Nochmal auf Deutsch Hm 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 Hüte doch, ey Und jetzt? Das ist ja doof Huh Sag mal Nein Oh Oh Gibt's doch nicht Ach man Nein Oh Oh Da geht's schon drin? Nein Er ist unten Er ist schon oben reingefahren Oh Oh Mann Lecki Das war ja lustig Höhöhöh Er ist wieder bei dir Höhöhöh Er ist wieder bei dir Was? Du hast gelacht Ja Das 14 Ich auch Ich wie? Blöde Bahn Nächster bitte Hey Oh Oh Das ist ja Oh Hey Nö. Na gut. Boah, was ist denn das? Hast du den auch gefunden, ja? Immerhin neun. Stopp 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 stopp. Ist schon drin? Ja, ist schon drin. Ho. Sehr hoch. Hier hoch. Hole in one. Gibt's doch gar nicht. Doch. Hole in two. Gibt's ja wohl. Ah. Okay. HIT HARD! Gut. 20. Optionen. Das war noch nicht. Doch, war gut. War gut. Ich kann gleich da fahren. Was ist denn das? Ich roll wieder runter. Magen? Bitte. Ich hab dich angestoßen. Bitte. Ich hab dich angestoßen. mal auf. 15. 20. when you haven't, 21. 22. 20. 20. 22. 22. 23. 23. 22. 23. Voll immer raus. Was ist denn das? Hey. Blacky. Oh. Wie soll ich denn von hier stressen? Wo muss man denn hin? Durch das Portal. Da steht ein Schild. Look. Irgendwie soll ich hier runterkommen? Ja, so. Ich bin drin. Da steht ein Schild. Long Jump. Also muss du doll schlagen. Ah. Das war noch nicht doll genug. Nee. Gut. Optionen. Sieht gut aus. Ah. Und letzte Bahn. Göh. Ich nimm den. Ich nimm den. Ich nimm den. Manno. Ich rolle immer noch. Bin hängen geblieben. Nein. War das schon da oben. Das ist doof. Das ist doof. Ich bin gleich drin. Wo muss ich denn hin? ins Loch. Also gewinnen tust du nicht mehr, Blacky. So. So. Ja. Blacky. Jetzt weiter. Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Lass eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.